hi alle zusammen willkommen zurück zu einem neuen video hi everyone welcome back to my channel heute werden wir dieses inlay mold benutzen von molds and shapes und noch ein paar farben dazugeben ich habe das hier schon angemalt wie ihr seht weil es relativ viel zeit in anspruch nimmt so today we are going to use this inlay mold from molds and shapes and now adding two more colors silver and turquoise and because it takes a lot of time to paint the inlay i already painted these colors here and now i'm showing you or i'm going to show you how to add some silver and some turquoise and how to do this and then afterwards how to avoid air bubbles and so on ok also nehmt einfach einen kleinen pinsel und ein bisschen von eurem makeup powder und malt eure form an das wird relativ lange dauern ich werde den prozess gleich auch ein bisschen beschleunigen aber werdet hinter einem ergebnis sehen dass es das tatsächlich wert ist so you will see it takes a lot of time but totally worth it i will speed up the process a little bit and at the end you will see that i use that i will use baby wipes to remove particles which were spread all over the inlay so baby wipes is super helpful in this case ja also wir haben jetzt das silber dazu getan den äußeren rand und innen ein bisschen was angemalt und dann machen wir gleich noch packen wir gleich noch das türkis dazu so we we are already added the silver and now i'm removing silver particles here and then we will add the turquoise and i will cut the video here you see the final result we painted everything here you see the final result and now you see that i put the inlay into a big mold a round mold and now adding some clear resin because then it's super easy to remove all air bubbles with a toothpick because if you would now add colored resin then you wouldn't see any air bubbles and if you are not able to remove the bubbles then you will get little holes in your mold or in your resin afterwards wenn ihr direkt farbe gießen würde dann kann es passieren dass ihr nicht alle luftblasen entfernt bekommt und dann habt ihr kleine löcher hinterher in eurer form oder in eurem in eurem harz und das sieht nicht so schön aus und darum gieße ich gerne erst mal eine klare schicht dauert ein bisschen removing some air bubbles here with fire with my torch okay wir sind wieder zurück das harz ist ausgehärtet das klar der clear resin has been cured overnight and now we are ready to pour um the final the final layer which will be black with black holographic glitter from hemway wir machen jetzt die finale schicht das wird schwarz mit diesem schwarzen holographischen glitzer von hemway was wirklich super schön ist i already prepared the resin and will now take a little bit i think it's 100 grams and then adding yeah it's 100 grams and adding some black paste and then the glitter so ich habe 100 gramm harz jetzt zusätzlich genommen hier seht ihr die schwarze paste von dipone und dann nehmen wir jetzt einfach ein bisschen was rühren das eben an zusammen mit dem glitzer und dann gießen wir das i'm very sorry for this i don't know what the english word is flickering picture here it's my camera fighting with the with the light with the led bar i will it will stop in a minute so no worries das bild flackert leider ein bisschen weil mein handy und die led lamp sich manchmal nicht so gut verstehen wegen der herzzahl aber das wird gleich wieder weg gehen ich habe ein paar mal dann das licht an und aus gemacht und dann ging's so ich habe wie immer die schwarze farbe überall an den händen you see the black is everywhere on my gloves super annoying but yeah so i i don't know how to avoid it stirring super important stir very well and then we are going to add the glitter okay now we are going to add the glitter wir werden jetzt das glitzer dazu geben damit wir einen kleinen glitzernden effekt später im rand haben werden this is one of my favorite glitter this holographic black because it's so looks like like space or little planets in in the dark so beautiful not so easy to open this you can in a minute you will see the the glittery effect ihr werdet sehen dass das schwarz wirklich super schön glitzert ich liebe das von hemway da ihr seht wie in regenbogenfarben das glitzert okay so we add a little bit of our glitter which will automatically sink to the ground um which is good because then the glitter will yeah will be on the right place um it's not floating das glitzert runter sinken so dass es 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 wie heißt es denn auf deutsch es bleibt nicht an der oberfläche sondern es sinkt halt runter und dann sieht man das hinterher auch durch die durch die form durch stir very well you see how beautiful this is really love this okay super easy just pour it no worries about air bubbles or anything because we already removed all the bubbles using our clear resin as a first step and now we can easily pour the black das gute ist dass wir jetzt einfach das schwarz gießen können und keine angst haben müssen dass irgendwo noch luftblasen entstehen weil wir die klare schicht da drauf haben und das jetzt einfach nur noch beschichten jetzt verteilen wir das mal einfach noch ein bisschen und dann sind wir schon fertig so we distribute the 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 resonate a little bit we to get a nice layer layer um using a little bit of fire here torching this and then we are done with the final final layer so wir sind quasi fertig mit dieser schicht und dann sehen wir uns beim entformen okay we are back for the molding wir sind zurück um es zu entformen ihr seht ich habe relativ viele cuts in diesem video gehabt und jetzt schauen wir uns das mal an so um we will remove this um the resin and the um inlay from the large round mold wir entfernen jetzt das harz mit dem inlay aus dem großen runden aus der großen runden form and then removing the inlay sorry for my hairs for my hair in the picture ist das nicht super schön geworden es ist so richtig schön bunt und es schimmert it's so beautiful it's so it's colorful and shimmery and glittery i really love this result and we are so easy to do this just painting the inlay and that's it einfach das inlay anmalen und ihr bekommt ein superschönes ergebnis ich bin ganz verliebt in dieses ergebnis danke fürs zuschauen macht's gut dazu